Werner Heisenberg, Quantentheorie und Philosophie, Vorlesungen und Aufsätze Herausgegeben von Jürgen Buscher Die Geschichte der Quantentheorie Der Anfang der Quantentheorie ist mit einem bekannten Phänomen verbunden, das zu den zentralen Teilen der Atomphysik gehört. Irgendein Stück Materie, das erhitzt wird, beginnt zu glühen, es wird rot oder schließlich weiß glühend bei hohen Temperaturen. Die Farbe hängt nicht sehr stark von der Oberfläche des Materials ab und für einen schwarzen Körper hängt sie sogar allein von der Temperatur ab. Daher ist die Strahlung, die durch solch einen schwarzen Körper bei hohen Temperaturen ausgesandt wird, ein geeignetes Objekt für physikalische Untersuchungen. Da es sich um ein einfaches Phänomen handelt, sollte es auch aufgrund der bekannten Gesetze der Strahlung und der Wärme eine einfache Erklärung dafür geben. Der Versuch zu einer solchen Erklärung, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Riley und Jeans gemacht wurde, brachte jedoch sehr ernste Schwierigkeiten an den Tag. Es ist leider nicht möglich, diese Schwierigkeiten in einfachen Begriffen zu beschreiben. Es muss genügen, festzustellen, dass die folgerichtige Anwendung der damals bekannten Naturgesetze nicht zu sinnvollen Resultaten führte. Als Planck im Jahre 1895 mit seiner wissenschaftlichen Arbeit in dieses Forschungsgebiet eintrat, versuchte er das Problem von der Strahlung auf das strahlende Atom zu verschieben. Durch diese Verschiebung wurden die tieferen Schwierigkeiten des Problems zwar nicht beseitigt, aber ihre Interpretation und die Deutung der empirischen Tatsachen wurden dadurch einfacher. Eben in jener Zeit, nämlich im Sommer 1900, hatten Kohlbaum und Rubens in Berlin sehr genaue neue Messungen des Spektrums der Wärmestrahlung vorgenommen. Als Planck von diesen Ergebnissen hörte, versuchte er sie durch einfache mathematische Formeln darzustellen, die nach seinen allgemeinen Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Wärme und Strahlung plausibel aussahen. Eines Tages, so wird berichtet, trafen sich Planck und Rubens in Planks Hause zum Tee und verglichen Rubens neuste Resultate mit einer Formel, die Planck zur Deutung von Rubens Messungen vorgeschlagen hatte. Der Vergleich zeigte eine vollständige Übereinstimmung. Damit war das Plancksche Gesetz der Wärmestrahlung entdeckt. Diese Entdeckung bezeichnete aber erst den Anfang der eigentlichen theoretischen Forschungsarbeit für Planck. Wie lautete die korrekte physikalische Interpretation der neuen Formel? Da Planck von seinen früheren Untersuchungen her die Formel leicht in eine Aussage über das strahlende Atom, den sogenannten Oszillator, übersetzen konnte, muss er wohl bald herausgefunden haben, dass seine Formel so aussah, als könnte der Oszillator seine Energie nicht stetig ändern, sondern nur einzelne Energiequanten aufnehmen, als könne er nur in bestimmten Zuständen, oder wie der Physiker sagt, in diskreten Energiestufen existieren. Dieses Ergebnis war so verschieden von allem, was man aus der klassischen Physik wusste, dass Plancks sich sicher am Anfang geweigert hat, es zu glauben. Aber in einer Periode intensivster Arbeit während des Herbstes 1900 rang er sich schließlich zu der Überzeugung durch, dass es keine Möglichkeit gab, diesem Schluss zu entgehen. Von Plancks Sohn soll später erzählt worden sein, dass sein Vater ihm, als er Kind war, auf einem langen Spaziergang durch den Grunewald von seinen neuen Ideen gesprochen hätte. Auf diesem Weg hätte er ihm auseinandergesetzt, dass er das Gefühl habe, entweder eine Entdeckung aller ersten Ranges gemacht zu haben, vergleichbar mit den Entdeckungen Newtons, oder sich völlig zu irren. Planck muss sich also um diese Zeit darüber klar geworden sein, dass seine Formel die Grundlagen der Naturbeschreibung erschütterte, dass diese Fundamente eines Tages in Bewegung geraten nun von ihrer gegenwärtigen, durch die Überlieferung bestimmten Stelle aus in eine neue und damals noch völlig unbekannte neue Gleichgewichtslage übergehen würden. Planck, in seinen ganzen Anschauungen ein konservativer Geist, war keineswegs erfreut über diese Folgerungen, aber er veröffentlichte seine Quantenhypothese im Dezember 1900. Der Gedanke, dass Energie nur in diskreten Energiequanten emittiert und absorbiert werden könnte, war so neu, dass er nicht in den überlieferten Rahmen der Physik eingefügt werden konnte. Ein Versuch Plancks, seine neue Hypothese mit den älteren Vorstellungen der Strahlungslehre zu versöhnen, scheiterte an den wesentlichen Punkten. Es dauerte etwa fünf Jahre, bis der nächste Schritt in der neuen Richtung erfolgen konnte. Dieses Mal war es der junge Albert Einstein, ein revolutionärer Genius unter den Physikern, der sich nicht scheute, noch mehr von den alten Begriffen aufzugeben. Einstein fand zwei neue Probleme, bei denen er die Planckschen Vorstellungen mit Erfolg anwenden konnte. Das eine war der sogenannte photoelektrische Effekt, die Aussendung von Elektronen aus Metallen unter dem Einfluss von Licht. Die Experimente, die besonders sorgfältig von Lennart ausgeführt worden waren, hatten gezeigt, dass die Energie der ausgesandten Elektronen nicht von der Intensität des Lichts abhängt, sondern nur von der Farbe oder genauer gesagt von der Frequenz oder der Wellenlänge des Lichtes. Dies konnte auf der Grundlage der früheren Strahlungstheorie nicht gedeutet werden. Einstein konnte aber die Beobachtungen erklären, indem er die Plancksche Hypothese durch die Annahme interpretierte, dass das Licht aus sogenannten Lichtquanten, d.h. aus Quanten von Energie bestehe, die sich wie kleine Korpuskeln durch den Raum bewegen. Die Energie des einzelnen Lichtquantums sollte, in Übereinstimmung mit Plancks Annahmen, gleich sein dem Produkt aus der Frequenz des Lichts und der Planckschen Konstante. Das andere Problem war die spezifische Wärme fester Körper. Die übliche Theorie führte zu Werten für die spezifische Wärme, die zwar mit den Experimenten im Bereich hoher Temperaturen gut übereinstimmten, die aber bei sehr tiefen Temperaturen viel höher als die beobachteten Werte waren. Wieder konnte Einstein zeigen, dass man dieses Verhalten der festen Körper verstehen konnte, indem man die Plancksche Quantentheorie auf die elastischen Schwingungen der Atome in festen Körpern anwandte. Diese beiden Ergebnisse stellten einen sehr wichtigen Fortschritt dar, denn sie zeigten die Wirksamkeit der Planckschen Konstante in verschiedenen Erfahrungsbereichen, die gar nicht unmittelbar mit dem Problem der Wärmestrahlung zu tun hatten. Auch enthüllten sie den zutiefst revolutionären Charakter der neuen Hypothese, denn die einsteinische Fassung der Quantentheorie hatte zu einer Beschreibung des Lichtes geführt, die völlig verschieden war von der seit Huygens üblichen Wellenvorstellung. Licht konnte also entweder als eine elektromagnetische Wellenbewegung gedeutet werden, so wie es seit Maxwells Arbeiten und Herzexperimenten angenommen wurde, oder als bestehend aus einzelnen Lichtquanten oder Energiepaketen, die sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Aber konnte das Licht beides sein? Einstein wusste natürlich, dass die bekannten Erscheinungen der Beugung und Interferenz nur auf der Grundlage der Wellenvorstellung erklärt werden können. Er konnte auch nicht bestreiten, dass ein zunächst unauflösbarer Widerspruch bestand zwischen der Wellenvorstellung und seiner Lichtquantenhypothese. Einstein versuchte auch gar nicht, den inneren Widerspruch dieser Deutung zu beseitigen. Er nahm den Widerspruch hin als etwas, das vielleicht sehr viel später durch ganz neue Gedankengänge verstanden werden könnte. In der Zwischenzeit war durch die Experimente von Becquerel, Curie und Rutherford etwas mehr Klarheit über die Struktur des Atoms gewonnen worden. Im Jahre 1911 leitete Rutherford auf seinen Beobachtungen über den Durchgang von Alphastrahlen durch Materie sein berühmtes Atommodell ab. Das Atom besteht aus einem Atomkern, der positiv elektrisch geladen ist und fast die ganze Masse des Atoms enthält und aus Elektronen, die um den Atomkern kreisen. Ähnlich wie die Planeten um die Sonne. Die chemische Bindung zwischen Atomen verschiedener Elemente wird erklärt als eine Wechselwirkung zwischen den äußeren Elektronen der benachbarten Atome. Die chemische Bindung hat mit dem Atomkern unmittelbar nichts zu tun. Der Atomkern bestimmt das chemische Verhalten des Atoms nur indirekt durch seine elektrische Ladung, da diese die Anzahl der Elektronen im neutralen Atom festlegt. Allerdings konnte dieses Modell zunächst gerade eine der am meisten charakteristischen Eigenschaften des Atoms, nämlich seine enorme Stabilität, nicht erklären. Kein Planetensystem, das den Gesetzen der Newton'schen Mechanik folgt, würde jemals nach dem Zusammenstoß mit einem anderen derartigen System in seine Ausgangskonfiguration zurückkehren. Aber ein Kohlenstoffatom zum Beispiel wird ein Kohlenstoffatom bleiben, auch nach dem Zusammenstoß mit anderen Atomen oder nachdem es in einer chemischen Bindung mit anderen Atomen in Wechselwirkung gestanden hat. Die Erklärung für diese ungewöhnliche Stabilität wurde im Jahre 1913 durch Niels Bohr gegeben, indem er die Planck'sche Quantenhypothese auf das Rutherford'sche Atommodell anwandte. Wenn das Atom seine Energie nur um diskrete Energiebeträge ändern kann, so muss das bedeuten, dass das Atom nur in diskreten stationären Zuständen existieren kann, deren Energie ärmster eben der normale Zustand des Atoms ist. Deshalb wird das Atom nach irgendeiner Art von Wechselwirkung schließlich immer wieder in diesen Normalzustand zurückfallen. Bohr konnte durch diese Anwendung der Quantentheorie auf das Atommodell nicht nur die Stabilität des Atoms erklären, sondern auch in einigen einfachen Fällen eine theoretische Deutung für die Linienspektren geben, die von den Atomen bei der Anregung durch elektrische Entladungen oder Wärmebewegung ausgesandt werden. Eine Theorie beruht auf der Verbindung der klassischen Mechanik für die Bewegung der Elektronen mit Quantenbedingungen, die zu diesen klassischen Bewegungsgesetzen hinzugefügt wurden, um die diskreten stationären Zustände vor anderen Zuständen auszuzeichnen. Eine präzise mathematische Formulierung für diese Bedingungen wurde später von Sommerfeld gegeben. Bohr war sich durchaus klar darüber, dass die Quantenbedingungen in einer gewissen Weise die innere Konsistenz der Newton'schen Mechanik zerstörten. In dem einfachsten Fall des Wasserstoffatoms konnte man aber aus der Bohr'schen Theorie die Frequenzen des emittierten Lichts berechnen und die Übereinstimmung mit den Beobachtungen war vollständig. Allerdings waren diese Frequenzen verschieden von den Bewegungsfrequenzen der Elektronen in ihren Bahnen und deren Oberschwingungen und diese Tatsache zeigte sofort, dass die Theorie noch voll von Widersprüchen steckte. Trotzdem enthielt sie offenbar einen wesentlichen Teil Teil der Wahrheit. Sie erklärte qualitativ das chemische Verhalten der Atome und ihre Linienspektren. Die Existenz der diskreten stationären Zustände wurde später in den Experimenten von Frank und Herz von Stern und Gerlach auch durch direkte Versuche bestätigt. Bohr's Theorie hatte damit ein neues Forschungsgebiet eröffnet, die große Masse experimentellen Erfahrungsmaterials, das in der Spektroskopie einige Jahrzehnte hindurch angehäuft worden war, stand nun als Information für das Studium der Quantengesetze bei den Bewegungen der Elektronen zur Verfügung. Die Erfahrungen der Chemiker konnten für denselben Zweck benutzt werden. In der Begegnung mit diesem Erfahrungsmaterial lernten die Physiker allmählich die richtigen Fragen zu stellen und die richtige Fragestellung ist ja oft mehr als der halbe Weg zur Lösung des Problems. Was aber waren diese Fragen? Praktisch hatten fast alle mit den merkwürdigen scheinbaren Widersprüchen zwischen den Ergebnissen verschiedener Experimente zu tun. Wie kann es geschehen, dass dieselbe Strahlung die Interferenzbilder hervorbringt und damit die Existenz einer zugrunde liegenden Wellenbewegung beweist, gleichzeitig auch den photoelektrischen Effekt bewirkt und deshalb aus bewegten Lichtquanten bestehen muss? Wie kann es geschehen, dass die Frequenz der Bahnbewegung der Elektronen im Atom sich nicht auch als Frequenz der emittierten Strahlung zeigt? Bedeutet das etwa, dass es gar keine Bahnbewegung gibt? Aber falls die Vorstellung einer Bahnbewegung unrichtig sein sollte, was geschieht dann mit den Elektronen im Inneren des Atoms? Man kann auch die Elektronen sehen, die sich durch eine Nebelkammer aus diesem Atom in der Nebelkammer herausgeschlagen. Warum sollten sie sich also nicht auch innerhalb des Atoms bewegen? Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass die Elektronen im Normalzustand des Atoms einfach in Ruhe sind. Aber es gibt ja Zustände mit höherer Energie, in denen die Elektronenschalen einen Drehmoment besitzen. Daher können die Elektronen dort gar nicht in Ruhe sein. Man kann viele ähnliche Beispiele aufzählen. Immer und immer wieder findet man, dass der Versuch, die Atomvorgänge in Begriffen der üblichen Physik zu beschreiben, zu Widersprüchen führt. Allmählich am Anfang der 20er Jahre wurden die Physiker mit diesen Schwierigkeiten vertraut. Sie erwarben ein allerdings noch unklares Gefühl dafür, wo die Schwierigkeiten wahrscheinlich auftreten und lernten, wie man sie vermeiden konnte. Sie wussten schließlich, welche Beschreibung den richtigen Resultaten führen würde. Dieses Wissen genügte nicht, um ein allgemeines widerspruchsfreies Bild der Quantenvorgänge zu gewinnen, aber es veränderte das Denken der Physiker in einer solchen Weise, dass sie irgendwie den Geist der Quantentheorie in sich aufnahmen. Schon einige Zeit bevor eine präzise Formulierung der Quantentheorie gegeben werden konnte, wusste man schon mehr oder weniger genau, wie das Ergebnis irgendeines Experiments aussehen würde. Oft diskutierte man sogenannte Gedankenexperimente. Solche Experimente wurden erdacht, um eine besonders kritische Frage zu beleuchten, unabhängig davon, ob das Experiment tatsächlich ausgeführt werden konnte oder nicht. Natürlich war es wichtig, dass der Versuch wenigstens im Prinzip vorgenommen werden konnte, aber die experimentelle Technik dürfte dabei beliebig kompliziert sein. Diese Gedankenexperimente erwiesen sich zur Klärung gewisser Probleme als außerordentlich nützlich. Wo es nicht möglich war, Einigkeit der Physiker über den wahrscheinlichen Ausgang eines solchen Experiments zu gewinnen, gelang es häufig, ein ähnliches, aber einfacheres Experiment zu ersinnen, das tatsächlich ausgeführt werden konnte. Und das experimentelle Resultat trugt dann wesentlich zur Klärung der Quantentheorie bei. Das merkwürdigste Erlebnis jener Jahre war, dass die Paradoxa der Quantentheorie während dieses Prozesses der Klärung nicht verschwanden, dass sie im Gegenteil sogar immer schärfer und erregender in Erscheinung traten. Da gab es zum Beispiel das Experiment von Compton über die Strahlung von Röntgenstrahlen. Nach den früheren Erfahrungen über die Interferenz von gestreutem Licht konnte kein Zweifel darüber bestehen, dass die Streuung im Wesentlichen in folgender Weise geschieht. Die einfallende Lichtwelle versetzt ein Elektron im Strahl in Mitschwingung. Dann entsendet das schwingende Elektron eine Kugelwelle mit der Frequenz der einfallenden Welle und verursacht in dieser Weise das Streulicht. Compton fand aber im Jahre 1923, dass die Frequenz der gestreuten Röntgenstrahlen verschieden war von der Frequenz der Einfallenden. Diese Frequenzänderung konnte formal gedeutet werden durch die Annahme, dass die Streuung als der Zusammenstoß eines Lichtquants mit einem Streulichts schienen einander so völlig zu widersprechen, dass kein Ausweg zu erkennen war. Um diese Zeit waren viele Physiker schon davon überzeugt, dass diese scheinbaren Widersprüche zur eigentlichen Natur der Atomphysik gehörten. Daher versuchte Debrouillet in Frankreich im Jahre 1924 den Dualismus zwischen Wellenbeschreibung und Teilchenbeschreibung auch auf die Elementarteilchen der Materie, speziell auf die Elektronen, auszudehnen. Er zeigte, dass eine Materiewelle in derselben Weise einer Bewegung des Elektrons korrespondieren konnte, wie die Lichtwelle der Bewegung eines Lichtquants korrespondiert. Es war natürlich damals nicht klar, was das Wort Korrespondieren in diesem Zusammenhang bedeutet, aber Debrouillet schlug vor, dass die Quantenbedingungen der Burschentheorie als eine Aussage über die Materiewellen gedeutet werden sollte. Eine Welle, die um einen Atomkern herumläuft, kann aus geometrischen Gründen nur eine stationäre Welle sein. Der Umfang der Bahn muss ein ganz zahliges Vielfaches der Wellenlänge sein. In dieser Weise schlug Debrouillets Vorschlag eine Brücke von der Quantenbedingung, die immer ein Fremdkörper in der Mechanik der Elektronen geblieben war, zu dem Dualismus zwischen Welle und Teilchen. In der Burschentheorie zeigte also der Unterschied zwischen der berechneten Bahnfrequenz des Elektrons und der Frequenz der ausgesandten Strahlung die Begrenzung des Begriffs Elektronenbahn überhaupt. Gegen diesen Begriff waren ja von Anfang an Zweifel laut geworden. Andererseits mußte man bei den hoch angeregten Zuständen, in denen die Elektronen sich in weitem Abstand vom Atomkern bewegen, doch annehmen, dass sie sich in der gleichen Weise bewegen, wie man sie etwa auch in einer Nebelkammer sieht. Dort durfte man also den Begriff Elektronenbahn gebrauchen. Er war deshalb sehr befriedigend, dass eben für diese hoch angeregten Zustände die Frequenz der emittierten Strahlung sich der Bahnfrequenz annähert. Genauer gesagt, der Bahnfrequenz und den harmonischen Oberschwingungen dieser Frequenz. Bohr hatte schon in einer seiner ersten Arbeiten vorgeschlagen, dass die Intensitäten der emittierten Spektrallinien den Intensitäten der entsprechenden harmonischen Oberschwingungen ungefähr entsprechen sollten. Dieses sogenannte Korrespondenzprinzip hatte sich für die näherungsweise Berechnung der Intensitäten von Spektralien als sehr nützlich erwiesen. In dieser Weise entstand der Eindruck, dass Bohrs Theorie zwar ein qualitatives, aber nicht ein quantitatives Bild gab von dem, was im Inneren des Atoms geschah. Dass gewisse neue Züge im Verhalten der Materie wenigstens qualitativ durch die Quantenbedingungen ausgedrückt werden konnten, die ihrerseits wieder irgendwie mit dem Dualismus zwischen Wellen und Teilchen verbunden waren. Die präzise mathematische Formulierung der Quantentheorie ergab sich schließlich aus zwei verschiedenen Entwicklungen. Die eine ging auf Bohrs Korrespondenzprinzip zurück. Hier musste man zwar den Begriff der Elektronenbahn zunächst aufgeben, aber man konnte ihn doch im Grenzfall hoher Quantenzahlen, d.h. hoher Bahnen, angenähert aufrechterhalten. In diesem letzten Fall gibt die emittierte Strahlung durch ihre Frequenzen und Intensitäten ein Bild der Elektronenbahn. Die Strahlung entspricht dem, was die Mathematiker die Foyer-Darstellung der Elektronenbahn nennen. So ergab sich von selbst die Idee, dass man die mechanischen Gesetze nicht niederschreiben sollte in Form von Gleichung und für die Orte und Geschwindigkeiten der Elektronen, sondern von Gleichungen für die Frequenz und Amplituden ihrer Foyer-Entwicklung. Wenn man von solchen Darstellungen ausging, konnte man hoffen, für die Größen, die man als Frequenzen und Intensitäten der ausgesandten Strahlung misst, zu mathematisch fassbaren Beziehungen zu kommen. Dieses Programm konnte tatsächlich durchgeführt werden. Es führte im Sommer 1925 zu einem mathematischen Formalismus der Matrizenmechanik oder allgemeine Quantenmechanik genannt wurde. Die Bewegungsgleichungen der Newton'schen Mechanik wurden ersetzt durch ähnliche Gleichungen zwischen Formen der linearen Algebra, die der Mathematiker Matrizen nennt. Es war ein sehr merkwürdiges Erlebnis, viele von den alten Ergebnissen der Newton'schen Mechanik, wie zum Beispiel die Erhaltung der Energie, auch in den neuen Formalismus wiederzufinden. Später zeigten die Untersuchungen von Born, Jordan und Dirac, dass die Matrizen, die die Lage und das Bewegungsmoment der Elektronen darstellen, nicht miteinander vertauschbar sind. Diese Tatsache zeigte in der Sprache der Mathematik auf das deutlichste den wesentlichen Unterschied zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik. Auch die andere Entwicklung ging von Desproliers Vorstellung der Materiewelle aus. Schrödinger versuchte eine Wellengleichung für die stationären Wellen Desproliers in der Umgebung eines Atomkerns aufzuschreiben. Es gelang ihm, im Frühjahr 1926 die Energiewerte der stationären Zustände des Wasserstoffatoms als Eigenwerte seiner Wellengleichung abzuleiten. Und er konnte allgemeine Vorschriften dafür angeben, wie man gegebene klassische Bewegungsgleichungen in entsprechende Wellengleichungen Allerdings in einem abstrakten mathematischen Raum, nämlich in einem mehrdimensionalen Konfigurationsraum übersetzen kann. Später konnte er zeigen, dass seine Wellenmechanik mathematisch äquivalent war mit dem älteren Formalismus der Quanten- oder Matrizenmechanik. In dieser Weise besaß man also schließlich einen widerspruchsfreien mathematischen Formalismus, den man in zwei gleichberechtigten Weisen formulieren konnte. Entweder durch Beziehungen zwischen Matrizen oder durch Wellengleichungen. Dieses mathematische Schema gab die richtigen Energiewerte für das Wasserstoffatom. Man brauchte weniger als ein Jahr, um zu zeigen, dass es auch für das Heliumatom und für die komplizierteren Probleme bei den schwereren Atomen richtige Resultate liefert. Aber in welchem Sinn beschrieb der neue Formalismus eigentlich die Atome? Die Paradoxa des Dualismus zwischen Wellen- und Partikelbild waren ja nicht Sie waren nur irgendwie in den mathematischen Schema verschwunden. Ein erster und sehr interessanter Schritt in Richtung auf ein wirkliches Verständnis der Quantentheorie wurde schon im Jahr 1924 von Bohr, Kramers und Slater unternommen. Sie versuchten den scheinbaren Widerspruch zwischen Wellen- und Teilchenbild durch den Begriff der Wahrscheinlichkeitswelle zu beseitigen. Die elektromagnetischen Lichtwellen wurden nicht als wirkliche Wellen, sondern als Energie nur im statistischen Mittel erhalten bleibe. Dieser Schluss war allerdings noch nicht richtig und die Beziehungen zwischen den Wellen und dem Teilchenbild der Strahlung erwisnt sich später als noch verwickelter. Aber die Arbeit von Bohr, Bohr, Kramers und Slater enthielt doch schon einen wesentlichen Zug der richtigen Deutung der Quantentheorie. Mit der Wahrscheinlichkeitswelle würde ein völlig neuer Begriff in der theoretischen Physik eingeführt. Die Wahrscheinlichkeit in der Mathematik oder in der statistischen Mechanik bedeutet eine Aussage über unseren Grad der Kenntnis der tatsächlichen Situation. Wenn wir würfeln, so können wir die feinen Einzelheiten in der Bewegung unserer Hand nicht verfolgen, aber den Fall der Würfel bestimmen. Und deshalb sagen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Zahl zu werfen, gerade ein Sechstel beträgt, da der Würfel sechs Seiten hat. Die Wahrscheinlichkeitswelle von Bohr, Kramers und Slater aber enthielt mehr als dies. Sie bedeutete so etwas wie eine Tendenz zu einem bestimmten Geschehen. Sie bedeutete die quantitative Fassung des alten Begriffs der Potentia in der Philosophie des Aristoteles. Sie führte eine merkwürdige Art von physikalischer Realität ein, die etwa in der Mitte zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit steht. Später, als das mathematische Gerüst der Quantentheorie fertig war, griff Bohrn diese Idee der Wahrscheinlichkeitswelle auf und gab eine klare Bestimmung jener mathematischen Größe im Formalismus, die man als Wahrscheinlichkeitswelle interpretieren muss. Es war nicht eine dreidimensionale Welle von der Art der Elastischen oder der Radiowellen, sondern es handelte sich um eine Welle in einem vieldimensionalen Konfigurationsraum, den man erst durch die Schrödingerschen Ungleichungen kennengelernt hatte, also um eine ziemlich abstrakte mathematische Größe. Selbst in dieser Zeit, im Sommer 1926, war es noch nicht in jedem Fall klar, wie man den mathematischen Formalismus benutzen musste, um eine gegebene experimentelle Situation zu beschreiben. Zwar wusste man, wie man die stationären Zustände eines Atoms zu beschreiben hatte, aber es war noch unbekannt, wie man sehr viel einfachere Folgänge behandeln sollte, zum Beispiel die Bewegung eines Elektrons durch eine Nebelkammer. Als Schrödinger während dieses Sommers gezeigt hatte, dass sein wellenmechanischer Formalismus zur Quantenmechanik mathematisch äquivalent war, versuchte er eine Zeit lang die Vorstellung der Quanten und der Quantensprünge ganz aufzugeben und die Elektronen im Atom einfach durch dreidimensionale Materiewellen zu ersetzen. Zu diesem Versuch wurde er veranlasst durch das Ergebnis, dass die Energieniveaus im Wasserstoffatom in seiner Theorie als Eigenfrequenzen von stationären Materiewellen erschienen. Daher glaubte Schrödinger, es sei einfach ein Fehler, sie Energie zu nennen. Sie seien eben nicht Energien, sondern Frequenzen. Aber in den Diskussionen, die im Herbst 1926 in Kopenhagen zwischen Bohr und Schrödinger und der Kopenhagener Physikergruppe stattfanden, wurde es bald offenbar, dass eine solche Deutung nicht einmal ausreichte, um das Planck'sche Gesetz der Wärmestrahlung zu erklären. In den Monaten, die auf diese Diskussion folgten, führte schließlich ein intensives Studium all der Fragen, die mit der Deutung der Quantentheorie zu tun haben, in Kopenhagen zu einer vollständigen und, wie viele Physiker glauben, befriedigenden Klärung der ganzen Situation. Aber es war keine Lösung, die man leicht annehmen konnte. Ich erinnere mich an viele Diskussionen mit Bohr, die bis spät in die Nacht dauerten und fast in Verzweiflung endeten. Und wenn ich am Ende solcher Diskussionen noch allein einen kurzen Spaziergang im benachbarten Park unternahm, wiederholte ich mir immer und immer wieder die Frage, ob die Natur wirklich so absurd sein könnte, wie sie uns in diesen Atomexperimenten erschien. Die endgültigen Lösungen näherte man sich auf zwei Wegen. Der eine war eine Umkehrung der Fragestellung. Statt zu fragen, wie kann man in den inzwischen bekannten mathematischen Schema eine gegebene experimentelle Situation beschreiben? Stellte man die andere Frage. Ist es vielleicht so, dass nur solche experimentellen Situationen überhaupt in der Natur vorkommen, die in den mechanischen Formalismus der Quantentheorie auch ausgedrückt werden können? Die Annahme, dass dies tatsächlich die richtige Fragestellung sei, führte zu Begrenzungen in der Anwendung der Begriffe, die die Grundlage der klassischen Physik seit Newton gebildet hatten. Man konnte zwar über den Ort und die Geschwindigkeit eines Elektrons sprechen, wie in der newtonschen Mechanik. Man konnte die Größen auch beobachten und messen, aber man konnte nicht beide Größen gleichzeitig mit einer beliebigen Genauigkeit bestimmen. Es ergab sich, dass das Produkt dieser beiden Ungenauigkeiten nicht kleiner gemacht werden konnte als die Planck'sche Konstante, geteilt durch die Masse des Teilchens, um das es sich dabei handelte. Ähnliche Bezeichnungen konnten für andere experimentelle Situationen formuliert werden. Sie werden Unsicherheitsrelationen oder das Prinzip der Unbestimmtheit genannt. Man hatte damit gelernt, dass die alten Begriffe nur ungenau auf die Natur passen. Der andere Weg war Boas Begriff der Komplementarität. Schrödinger hatte das Atom beschrieben als ein System, das nicht aus einem Atomkern und Elektronen, sondern aus einem Atomkern und Materiewellen besteht. Dieses Bild der Materiewellen enthielt zweifellos auch einen Teil der Wahrheit. Boa betrachtete die beiden Bilder, das Partikel- und das Wellenbild, als zwei komplementäre Beschreibungen derselben Realität. Jede dieser Beschreibungen kann nur teilweise richtig sein. Es muss Grenzen für die Anwendung des Teilchenbildes ebenso wie für die Anwendung des Wellenbildes geben, denn sonst könnte man die Widersprüche nicht vermeiden. Wenn man aber jene Grenzen berücksichtigt, die durch die Unsicherheitsrelation gezogen sind, so verschwinden die Widersprüche. So war man schließlich im Frühjahr 1927 zu einer widerspruchsfreien Deutung der Quantentheorie gekommen, die häufig auch die Kopenhagener Deutung genannt wird. Diese Deutung bestand ihre Feuerprobe auf der Solvay-Konferenz in Brüssel im Herbst 1927. Jene Experimente, die immer zu den schlimmsten Paradoxa geführt hatten, wurden wieder und wieder in allen Einzelheiten diskutiert, besonders durch Einstein. Neue Gedankenexperimente wurden erfunden, um eventuell vorhandene innere Widersprüche der Theorie aufzuspüren, aber die Theorie erwies sich als widerspruchsfrei und schien allen Experimenten, soweit man sie kannte, gerecht zu werden. Die Einzelheiten dieser Kopenhagener Deutung werden den Gegenstand des nächsten Kapitels bilden. Man sollte vielleicht an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es mehr als ein Vierteljahrhundert gedauert hat, um von der Planckschen Hypothese der Existenz der Energiequanten zu einem wirklichen Verständnis der quantentheoretischen Gesetze vorzudringen. Daraus erkennt man, wie groß die Veränderungen in unseren grundlegenden Vorstellungen von der Wirklichkeit sein mußten, bevor man die neue Situation vollständig verstehen konnte.